so liebe freunde nach langer zeit mal wieder was neues heute ist ganz was besonderes nämlich ein unboxing mein erstes unboxing voila mein guter freund mortiboy hat mir eine box gebastelt hat alles selber gemacht in liebevoller handarbeit gestaltet ich bin echt schon sehr gespannt sehr aufgeregt was da drin sein wird hier haben schon mal ein sticker habe ich bekommen und jetzt machen wir das ding mal auf versucht es irgendwie so hinzubekommen dass man es aussieht so schaut es aus sehr sehr geil schauen wir uns das mal alles an nummer eins ein sticker nummer zwei noch ein sticker sprechgesang eine postkarte sprechgesang postkarte das ist wirklich ein must würde ich sagen dann hier was ist das eine mordtümer ich glaube eine autogrammkarte ist es sehr sehr geil sehr sehr eindrucksvoll ich hoffe ich darf es auch zeigen auf jeden fall cool und hier natürlich jetzt die krönung das shirt das t shirt sprechgesang steht drauf das habe ich bestellt und die ganze box habe ich erhalten für sage und schreibe 15 euro also quasi umsonst für nix ich möchte mich bedanken an der stelle an meinem boy morty b vielen dank es hat mich sehr gefreut und es ist ein schönes gefühl es ist so bisschen wie wie ein weihnachten der besonderen art in diesem sinne es hat mir spaß gemacht mit euch diesen besonderen moment zu teilen und peace